Hallo meine Party People, herzlich willkommen wieder zu Burnout Paradise hier mit den Party People in Paradise City, jawohl, ab geht die Party wieder, nach dem Intro! Ah, unfassbar. Jetzt muss ich mal kurz auf Karte gucken. Wo müssen wir denn da hin? Zum Rotten Porn! Ja, ja, ist schon klar. Ach, wie kann man denn hier nochmal zoomen? Ach da, alles klar. Also auf, nach hinten wieder. Alter! Mittelstraße? Nach rechts. Nein, nein, nimmts. Mit geradeaus. Ja, da hast du recht. Warum guck ich immer auf die scheiß Karte unten, ey? Ihr sollt mich viel mehr auf die Straße konzentrieren, ey. Geradeaus. Nein, nach rechts. Nein! Autsch! Ach, f***. Jetzt muss ich keiner decken. Kacke, kacke, kacke im Permanais! Kacke im Permanais! Au! Jetzt muss ich kacke aus! Au! Habe ich mal da hinten geblieben, ey! Ich bin nicht vorhin schon langgefahren, aber nee! Radeaus, 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 Radeaus Oh, ich bin nicht vorhin auch mal! ... aus, Radeaus! Radeaus, 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 Radeaus! A 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 ... Oha, Wann, wie kannste, das kannst du vergessen. Guck mal! Guck mal. Du kannst sehr oft, nein. Wie macht nicht absicht mich mal. Ich auch nicht! Ich bin einfach viel zu müde! Wir haben es schon mitten in der Nacht hier! Wir haben jetzt erst mal 10 Uhr und pro Stunde. Ja, ich freue euch! Ich bin in Deutschland, ich bin in Paralyse hier. Ich komme aus Los Santos, wir haben 6 Stunden runterschwingen, wir haben 4 Uhr nachts hier. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja! Was? Ja, ja, ja! Ah, Schnappsail! Erstmal ein Auem! Das will nicht mehr doch. So, die beiden bisschen widerreichs litter... In my head! Der Rima ist der Techniker. Du bist zum Schlieder. Ich dachte so. Zaaarbe. Zaaarbe. Das ist so cool. Das ist doch voll cool, dass die. Ja, und Olli dachte, du machst dein Herz halt. Was? Du hast Wendy hochgeladen heute. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht wollte ich einfach keine Musik mehr haben. Wir alle. Wir alle. Wir dürfen jetzt nur noch einen Meter machen. Reicht das? Du hast schon die ganze Arbeit verleistet. Ja, ich hab keine. Ich bin einfach nur jede Treppe hier drunter. Oh ja, ja dann. Ja, weil ich's kann. Ich hab Fisch. Der Fischi. Ich hab den Fischi gefunden. Hab ich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich langen muss. Die Treppen runter. Boah. Guck mal, der Fischi. Der Fischi. Der Fischi. Der Meere Fischis. Kann das nicht mehr. Wie sieht denn der andere Fisch aus? Boah. Noch ein Fisch. Aus. An. Aus. An. Hoffentlich frisst sich der Fisch gleich. Es wird kalt. Klasse. Challenge. Es wird kalt. Klasse. Challenge. Alles klar. Es ist doch cool, dass es kalt wird. Ja. Findet DJ Atomica auch. Die findet dann echt klasse. Nein. Hier ist schon kalt. Ich hab schon Gänsepickel hier. Gänsepeter. Das ist eine Frostbeule. Lalalalalala. Mein Auto sieht immer aus wie Schrot heute. Wo ist der Wille? Wo ist der Wille? Wer ist der Wille jetzt? Hat er jetzt? Keine Ahnung. Hat er jetzt noch keinen Bock mehr? Wer kommt vielleicht wieder oder auch nicht? Was ist denn hier? Flatspins? Über die Gasstation? Seid ihr wahnsinnig? Wo ist die denn? Direkt neben uns. Kaputt. Was sagt der? So. Oh. Boah. So war das nicht gedacht. Hä? Hä? Äh. Nein. 100. Ach. 150 Grad. Ernsthaft. Die ist da vorne auch noch? Zittert dann ja auch noch. Probier das jetzt einfach. Scheiß der Hund ein drauf. Hab ich das jetzt geschafft? Nein. Ja. Du dummes Pick. Ab. Na. Hab ich nicht gesetzt. Du dummes Kleines Auto. Ja. Hihihi. Du dummes Kleines Auto. Lassi. Du sagst mir doch das. Dass man die Barschiene entferneben ist. Du dummes. Du dummes Kleines Auto. Ja. Du dummes Kleines Auto. Du dummes Kleines Auto. Ja. Du dummes Kleines Auto. Du dummes Kleines. Ja. Du dummes Kleines Auto. Neue Раз. Hab' ich . Jaa. Geschafft. Jaaah. Jaaaah. Jaaaah. Jaaah. Jaaah. Jaaaah. Jaaaaah. Jaaaah. Jaaaah. ich lenke immer nach rechts, bin kein linker Hund. 149,9 habe ich gerade gehabt. nein na toll, ich habe irgendwie falsche Ego Kamera gehabt. Jetzt hänge ich oben rum. Du bist ein Ego. Ich habe immer noch mehr, schau mal. Ja, weil ich hier nicht angeschubst habe jetzt hier. Nein. Die übertreibt doch. Die beiden übertreibt doch. Nein. Die übertreibt. Ich habe mich doch nicht. Willi, hau. Ich habe mich. Ja, ja. Alles klar. Bleib da, wo du bist. Verdammt. Alles klar. Na, nochmal zurück. Ich wollte echt da rüber. Ich dachte, der Bulli ist auf dem Weg. Und so. Und dann fahre ich auch noch gegen der Mauer. Ja. 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 Nein, 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 das bin ich dringend. Ich bin tot, oben, oben, oben. Tot, alle schon. Er ist tot. Häh? Wann macht ihr alle hier? Aua! Messig! Aua! Ich will. So, hab ich auch eine. Jetzt, ich spring über die Tafel drüber, das glaub ich nicht! Das hab ich noch nie geschafft! Bist du uns auch los? Ohhhh! 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 Ach scheiße, Hundeinrauch! Ich hab schon vier. Hast du denn scheiße einen Hut reingedruckt? Ja. Ich hab auch viel. Dann müssen die anderen fallen, die immer noch zwei kommen. Da steckt ein Bus. Ich hab doch nur die Hüfte reingeschüttet. Ich schalte nur so ein Josh- �- 四. Na, dann brauchen wir noch zwei. Einer von euch kann das ja... Ok. Jetzt noch einer von unten, egal wer. Dann ist das ja fertig. No. 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 Challenge geschafft ich muss aber dampfen er ist schon zweit nein 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 ich bin natürlich am Arsch der Welt hier ich muss noch mal auf die Karte gucken ich weiß gar nicht mehr wie ich da hinkomme einfach geradeaus was ist am einfachsten nee das ist das Schwierigste ja ich mag den Fluch auch und zwei Räder in der Mix weg da Brülli kommt weg ja ich auch gerade die Einfahrt gesucht fertig kann ich dann auch von der Seite machen alles klar noch mal ein Moment kurz ja ja Tobi und seine Momente hier ach so das scheiße hat accessibility ach nee auch nicht das jetzt habe ich das erst mal richtig gelesen weil ich meine Augen am Brennen hatte ich kann auch von hier gucken kann ich auch Du bist mal da drauf gekommen, auf dem Dach, das weiß ich. Ja, auf der Rampe kann ich mir auch nicht stecken. Ey! Da rammelt ihr mich einfach weg? Mein vierter Versuch kommt. Mein vierter Versuch kommt. Vierter Versuch. Frau? Vierter Versuch. Vierter Versuch ist, geklückt. Also Leute, ich kann euch beruhigen, es sind nur noch zwei Friedwünsche. Endlich ins Bett. Geht ihr jetzt wirklich mit dann? Nein. Ach nee, Marcin, das ist doch wieder am Eierloch der Welt. Wo ist das? Keine Ahnung. Das ist die E-88. Ja, hab ich auch hatte. E-88 scheint anders rum. Der fährt immer anders rum. Ich fahr im Mars hinterher. Ach scheiße. Wo wollt ihr jetzt hin? Ich hab keine Ahnung. Ich fahr gerade aus. Ich fahr im Mars hinterher. Der weiß wohin. Kurve, 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 Kurve. Driften, driften. Driften. Andere Richtung. Ach, jetzt bin ich kaputt. Ich fahr im Mars. Ich fahr im Mars. Nein. Oh, Mann. Scheiß Verkehr. Oh, okay. Party people in the house. Oh, 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 oh. Okay, party people in the house. Was ist jetzt los hier? Scheiße. Ich hab keinen Boost mehr gehabt. Ich war bei 18 Sekunden. Okay, Crash. Crash. Wo? Wo? Nein, da putzaka. Ui, ja, bunta. Hakuna Matata. Verpflichtung. Ähm. Hä? 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 Ich hab gar nichts gemacht. Ich stehe hier nur. Also. Ich hab. Ich hab gar nichts gemacht. Ah. Jo. Alles klar. Ich speichere mal ab. Geht doch. Das war's wieder für heute, meine Freunde. Meine Party people. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Take me down to the Paradise City. Bis dahin. Dankeschön. Und auf Brülli sehen. 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 Das war's wieder. Ich hab.